Norddeutscher Rundfunk Los, für Club, los! Komm schon, komm schon! Oh, shit! Sonitüter! Warte, warte! Es wird noch besser! Als der Arzt hier nicht aufgewacht ist, war sein Skelett verschwunden Und der Arzt hat nie wieder was von sich hören lassen! Naja, so habe ich jedenfalls meine Doktor-Lizenz verloren Archimedes! Nein! Es ist doch dreckig da drin! Vögel! Nun denn, die meisten Herzen hielten diese Spannung nicht aus. Jedoch bin ich ziemlich sicher, dass dein Herz... Was war Geräusch? Das Geräusch des Fortschritts, mein Freund! Ah, perfekt! Töte mich! Später! Wo war ich? Ach, das machen wir hier drauf! Komm schon! Komm schon! Oh, das sieht doch gut aus! Das hätten wir... Sollte ich dafür wach sein? Für üblich, nein! Aber solange du es noch bist, könntest du deine Brustkorb etwas weiten? Ich komm sonst! Nicht... Oh, sei nicht so ein Baby! Die wächst nach! Tut sie nicht! Was passiert jetzt? Jetzt? Jetzt wird Medizin praktiziert! Zeratator! 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 Eslioat! Zeratator! Ich bin tot gesichert! Das sieht gut aus! Und hier noch kurz! Ja! Ja, Mann! Danke, Doc! Hohoho! Leute! Ihr werdet nicht glauben, wie sehr das weh tut! Arche-Mädels?